Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten, wir analysieren die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo mit Detailanalysen zu Palanceer, HelloFresh und Walt Disney. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video mit einigen Grafiken und Makrodaten und gehen natürlich auf die heutige Schlagzeile ein und gehen mal der Frage auf den Grund, ist die Inflation zurück und dafür schauen wir uns hier mal den langfristigen Trend an auf der linken Seite der Verbraucherpreisindex und auf der rechten Seite der Verbraucherpreisindex in der Kernrate jeweils im Jahresvergleich. Was auffällt auf der linken Seite, dass die Headline-Inflation also in der Energie und Lebensmittel und andere mit eingerechnet sind, derzeit seitwärts geht und das aber auch schon seit Mitte 2023. Wenn man da mal ganz genau hinschaut, da gab es auch schon mal Anstiege wieder bei dem Verbraucherpreisindex, also bei der Headline-Inflation, die ja heute mit 3,2% gemeldet wurde und die sich damit nochmal etwas stärker im Vorjahresvergleich beschleunigt hat als im Vormonat. Also hier jetzt ein kleiner Anstieg bei der Headline-Inflation, aber man muss dazu sagen, das ist nichts, was wir in den vergangenen Monaten nicht schon gesehen haben. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt positiv zu bewerten, muss man ganz klar dazu sagen, vor allen Dingen, weil sich die Inflation jetzt hier scheinbar bei 3% in der Headline ein Plateau gesucht hat und deshalb gilt natürlich aber auch weiterhin und das muss man auf dem Zettel haben, auch die Aussage der FED. Deswegen schauen wir uns jetzt auch hier immer den langfristigen Verlauf an. Haben wir bitte das große Bild auf dem Schirm und das zeigt uns ganz klar, dass wir von Mitte 2022 bei über 9% runtergekommen sind, jetzt auf knapp über 3% und das war ja auch das letzten Endes, was Jerome Paul immer gesagt hat, dass der Weg in Richtung 2% eben durchaus auch mal von Rücksetzern geprägt sein wird und eben auch nicht rein linear zur Downside abläuft. Das muss man ganz klar dazu sagen. Wichtig ist, dass wir eben erkennen, dass in den Vereinigten Staaten die Headline-Inflation jetzt hier auf 3% für den Moment stagniert, kritisch wäre, wenn sie deutlich über 4% oder wieder in Richtung 5% marschieren sollte. Aber da muss man aktuell ganz klar dazu sagen, es sieht erstens nicht danach aus und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist der Leitzins aktuell ca. 200 Basispunkte über der Headline-Inflation im Jahresvergleich. Und das war in der Vergangenheit auch immer der Bereich, wo man bei der FED einfach auch davon ausgehen konnte, dass sie mit ihrer Arbeit fast fertig ist, dass sie eben fast am Ziel sind, vor allen Dingen auch gerade, was das Thema enge Geldpolitik angeht. Und meiner Meinung nach muss man weiterhin Zinssenkungen für Mitte des Jahres ganz klar auf dem Schirm haben. Auf der rechten Seite sehen wir die Kernrate und da muss man dazu sagen, da sehen wir weiterhin einen fallenden Trend. Da gab es auch zwischendrin noch keine Monate, bei der wir einen Anstieg gesehen hatten, außer auf den ganz hohen Levels noch von 5% bis 6%. Da gab es Anfang 2023 mal kurz einen Sprung nochmal nach oben, aber seitdem sehen wir aktuell kontinuierlich fallende Kernrate. Aber auch hier gab es eine leichte Enttäuschung für den Markt. Hier hat man mit 3,7% im Jahresvergleich gerechnet gemeldet, wurden letzten Endes 3,8%, aber im Vormonat eben 3,9%. Also hier weiter fallende Tendenzen, während die Headline-Inflation aktuell seitwärts geht. Und die größten Beiträger oder die größten Übeltäter für die etwas nochmal steigende Inflation, vor allen Dingen bei der Headline, waren in erster Linie nach wie vor die Mietpreise. Da haben wir aber auch schon mal darüber geredet, dass das durchaus im Rahmen von Zinssenkungen etwas wäre, was sich klären könnte, weil sich dadurch der Mietmarkt etwas entzerren würde, weil die Leute auch wieder mehr Interesse hätten zu kaufen und nicht alle gezwungen wären zu mieten. Und auf der anderen Seite waren es die Spritpreise, die stark gestiegen waren zuletzt. Und auch das, muss man sagen, ist letzten Endes eben keine große Überraschung, weil der Ölpreis eben auch seit Jahresanfang sukzessive angestiegen ist. Und da muss ich aber auch dazu sagen, solange uns der nicht deutlich über 80 US-Dollar ausbricht, ist das auch eher etwas, was man zwar bemerken muss und sehen muss, aber jetzt auch nichts zwingend Beunruhigendes. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, sind die Daten heute im Rahmen reingekommen und dieses Gespenst, dass die Inflation jetzt bereits wie in den 70er Jahren zurück ist, das können wir erst nochmal in den Schrank sperren. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonnier auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und dennoch sehen wir heute vor allen Dingen im Bereich der Nebenwerte etwas stärkere Abverkäufe. Der Russell 2000 steht heute unter Druck und das liegt natürlich auch unter anderem daran, dass die Verzinsung der zehnjährigen Staatsanleihe heute nach oben gesprungen ist und das ordentlich. Schauen wir uns auch nachher gleich bei der Chartanalyse an. Das hatte aber nur zum Teil mit den Inflationsdaten zu tun. Das hat vor allen Dingen auch mit einer sehr schwach nachgefragten Auktion heute mit zehnjährigen Staatsanleihen zu tun, bei der unter anderem die Fed gar kein Gebot abgegeben hat, aber auch wie Zero Hedge getweetet hat, vor allen Dingen ausländisches Interesse durchaus verhalten war. Und das treibt dann natürlich letzten Endes die Risikoprämien für die Anleihen nach oben, also die Verzinsung und setzt dann entsprechend die Anleihen unter Druck. Also hier aktuell ein bisschen Gegenwind, auch vor allen Dingen im Kryptomarkt hat man es gemerkt, dass die Renditen ein bisschen angestiegen sind und das müssen wir jetzt eben ganz genau beobachten, ob das jetzt nur ein Bounce war oder ob eben jetzt am Rentenmarkt bei den Renditen sich hier möglicherweise eine größere Gegenbewegung anbahnt, die dann natürlich die Märkte auch unter Druck setzen würde und die dann vor allen Dingen die Trendfolger unter Druck setzen würde, die derzeit aggressiv long im Markt sind. Ist keine Neuigkeit, ist auch kein Geheimnis, wir haben das auf dem Schirm, aber es ist schon sehr beeindruckend. Und oben, wenn wir uns anschauen, wie die CTAs aktuell overall positioniert sind, was Aktien angeht, da sind wir in der 90. Perzentile jetzt angekommen. Es gab noch extremere Positionierungen, einmal im Jahr 2017, 2018 und dann 2019. Was diese Positionierungen aber allesamt gemeinsam haben, ist, dass es durchaus in einem relativ scharfen Washout geendet ist. Wir wissen aber auch, das muss am Markt nicht unbedingt eine ganz große Korrektur sein. Die Trendfolger, die werden relativ schnell rausgespült, wenn wichtige Levels dann entsprechend brechen. Und unten seht ihr auch die entsprechende Projektion mal von Goldman Sachs, was die CTAs angeht, auf der linken Seite global und auf der rechten Seite im S&P 500. Und da muss man sagen, links beim globalen Positionierungsbereich, da wäre noch ein bisschen Uptape vorhanden. Also wenn die Märkte weiter steigen sollten, hätten die CTAs global auch noch die Möglichkeit, ein bisschen zu kaufen. Im S&P 500 speziell wird es schon relativ eng. Da deuten alle Szenarien, zumindest mal kurzfristig, auf leichte Abverkäufe hin. Und wo sich hier auch beide Projektionen einig sind, geht es ein bisschen schärfer zur Downside. Dann könnte es die CTAs ordentlich aus dem Markt spülen. Und das kann dann gerade, aber darüber sprechen wir eben auf dem Kanal auch schon häufiger, gerade die Frühphase, gerade die ersten ein bis zwei Wochen einer Korrektur dann eben deutlich schärfer ausfallen lassen. Und es ist ganz wichtig dazu zu sagen, dass diese Hinweise auf starke Long-Positionierung und vor allen Dingen auch diese Hinweise auf eine mögliche Frühphase, die etwas härter ausfallen könnte in einer Korrektur, keine sofortigen Verkaufssignale sind. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Ich sage das nur deswegen auch in dieser Häufigkeit, dass man dann eben in einer Frühphase oder in einer Korrektur keine unüberlegten Fehlentscheidungen trifft, sondern sich jetzt im Vorfeld im Klaren ist, dass die Märkte sehr gut gelaufen sind, dass die Märkte heiß gelaufen sind, was Indikatoren angeht, aber auch was die Positionierung angeht und dass man eben jetzt in aller Ruhe mal drüber nachdenken sollte. Gibt es denn Positionen, wo man ein bisschen umschichten könnte? Sind gewisse Positionen eben stark nach oben eskaliert? Gibt es irgendwo parabolische Rallys im Depot, die man eben ein bisschen entschärft, um dann eben einer möglichen parabolischen Gegenbewegung ein bisschen fortzuwirken? Denn man muss auch hier dazu sagen, der Goldman Sachs Sentiment Indicator kommt jetzt langsam, aber sicher auch wirklich in den absolut spannenden Bereich. Wir sind jetzt deutlich über der 1 Sigma Abweichung nach oben und wir kommen jetzt hier langsam, aber sicher in den Bereich, in dem wir im Juni bis August 2023 waren und wir wissen, was da war. Da war nochmal eine richtig schöne Blow-off-Top-Rally, wo vor allen Dingen die Nebenwerte explodiert sind und danach sind wir aber durchaus in eine schärfere Korrektur gegangen. Also auch hier ein Indikator, der uns jetzt kein sofortiges Verkaufssignal gibt. Wichtig, was das sein wird, darüber sprechen wir in der nächsten Grafik und vor allen Dingen auch heute bei der Chart-Analyse, aber auch hier ein Indikator, der uns eben anzeigen soll, wir sind jetzt im heißen Bereich, was nicht heißt, dass die Märkte hier nicht noch kurz bis möglicherweise sogar mittelfristig weiter steigen können, was uns aber zeigen sollte, dass man eben jetzt vor allen Dingen bei weiter steigenden Märkten durchaus sein Depot aktiv managen sollte. Und das kann wie gesagt milde Gewinnmitnahmen bedeuten, das kann Umschichtungen bedeuten. Bei dem einen oder anderen bedeutet es auch, den Markt hier blind zu shorten, da muss ich ganz klar sagen, da würde ich eher abraten davon. Was es aber auf jeden Fall heißen könnte, ist sich mal ein bisschen umzusehen, wie sieht es denn eigentlich so am Gesamtmarkt aus, was macht denn vor allen Dingen die Marktbreite, was macht denn aktuell der Equal Weight S&P 500, der uns eben ein guter Indikator ist, wie es in der Marktbreite so aussieht. Und da muss man dazu sagen, wer aktuell Chancen sucht, klar, das ist sehr antizyklisch und natürlich auch gewagt, weil das Ganze natürlich Zinssenkungen braucht, damit diese Unternehmen aus der zweiten und möglicherweise auch dritten Reihe, die jetzt aktuell eben keine Liebe sehen, dann gefragt sind und stark performen. Aber wer aktuell möglicherweise hier den nächsten Outperformer sucht, der muss wohl in die Marktbreite schauen. Denn wir haben hier einen beeindruckenden Chart, der uns zeigt, dass der S&P 500 Equal Weight Index im Verhältnis zum S&P 500 Cap Weighted Index, also der Index, in dem vor allen Dingen Max 7 halt so stark gewichtet sind, der reguläre Index, den wir auch täglich besprechen, so schlecht performt wie tatsächlich nie zuvor. Und das mit einer gewaltigen Abweichung von drei Standardabweichungen zur Downside. Man muss hier ganz klar dazu sagen, dass die Marktbreite und vor allen Dingen die Aktien aus der zweiten Reihe, dass der S&P 500 Equal Weight mit dem Ticker RSP gewaltiges Aufholpotenzial hätte auf den S&P 500. Und wenn wir uns hier mal anschauen, wann es die letzte steile Rallye gegeben hat in diesem Chart, dann war das ganz genau im Jahr 2021, als dann eben die Nebenwerte so massiv geflogen sind. Also habt das wirklich mal auf dem Schirm. Klar, ein Großteil dieser Aktien braucht dann auch wirklich Zinssenkungen, um anzuspringen, um dann zu performen. Aber dieses Aufholpotenzial, was wir derzeit beim Equal Weight Index sehen, im Verhältnis zum gewichteten Index, das ist hier historisch, das sind hier Allzeittiefs. Vor allen Dingen, weil man auch sagen muss, dass die Positionierung jetzt im aktuell so gesuchten Tech-Bereich und vor allen Dingen im aktuell so gesuchten Big Tech-Bereich, wir wissen ja auch, laut Goldman Sachs ist derzeit der Most Crowded Trade, natürlich Max 7 Long, aber auch hier in der Grafik von der Deutschen Bank, die uns die Positionierung im Mega-Cap-Growth- und Tech-Bereich anzeigt, sind wir jetzt hier wirklich an sehr sportlichen Levels angekommen. Wir sind über der 90. Perzentile zurück bis 2009, was die Positionierung angeht im Mega-Cap-Growth- und Tech-Bereich. Um ganz genau zu sein, sind wir hier in der 96. Perzentile und das muss man schon wirklich ganz genau hinterfragen. Ganz klar, das Narrativ ist auch noch völlig intakt und wenn wir uns hier mal den Bereich anschauen von 2020, 2021, dann gab es hier auch noch extremere Werte und ich muss wirklich fast schon dazu sagen, ich gehe auch davon aus, dass der Markt jede Chance hat, hier diese Positionierung noch weiter nach oben zu treiben, aber man muss sich auch auf der anderen Seite ganz klar bewusst sein, zumindest kurz bis mittelfristig kann man hier vermutlich bei Max 7 nicht mehr diese Performance erwarten, die wir jetzt eben seit dem Tief Ende 2022, Anfang 2023 gesehen haben. Die werden sicherlich vor allen Dingen, wenn der Markt stabil bleibt, noch vernünftig mit performen, meiner Meinung nach, wenn das Ganze aber wirklich nach oben explodieren sollte und vor allen Dingen und das ist natürlich das Entscheidende, wenn das Thema Goldilocks eintritt, wenn wir ein Soft-Landing oder möglicherweise gar kein Landing bekommen, die Inflation sich weiter zufriedenstellend entwickelt und die Fed dann wirklich und vor allen Dingen auch die EZB dann wirklich beginnen können mit den Zinssenkungen, dann sollten wir zwar im Tech-Bereich weiter vernünftige Performance sehen, keine Frage, aber dann greift eben auch die letzte Grafik, die wir uns gerade angeschaut haben, meiner Meinung nach sollte dann die Marktbreite anspringen und vor allen Dingen sollte die Marktbreite dann den gewichteten Index durchaus stark outperformen. Zusammenfassend kann man also sagen, wir sind weiter datenabhängig und wir sind vor allen Dingen davon abhängig, dass sich die Inflation weiter zufriedenstellend entwickelt, damit die Notenbanken eben wie geplant Mitte des Jahres beginnen können mit den Zinssenkungen. EZB-Sprecher Holzmann hat heute davon gesprochen, dass für ihn Zinssenkungen dann eher realistisch sind. Im Juni hat also hier den Markt nochmal durchaus bestätigt und vor allen Dingen jetzt eben auch aus der Seite der EZB hier eine klare Ansage, dass man hier für Mitte des Jahres auch mit Zinssenkungen plant und schreibt mir mal in die Kommentare, wovon ihr ausgeht. Das würde mich durchaus mal interessieren, welche Notenbank beginnt früher mit Zinssenkungen? Wird die EZB zuerst senken oder wird letzten Endes die FED zuletzt senken? Da gibt es ja nächste Woche möglicherweise schon einen ersten Hinweis drauf bei der FED-Sitzung kommende Woche. Wir schauen uns hier noch den Wirtschaftskalender für diese Woche an. Heute natürlich entsprechend die Verbraucherpreisangaben in Deutschland genau reingekommen im Rahmen, also unsere Headline-Inflation im Jahresvergleich liegt bei 2,5% im Monatsvergleich, allerdings bei 0,4%. Bin ich gespannt, ob das im Folgemonat dann hier negative Auswirkungen haben wird auf den Jahresvergleich. Dann natürlich die Angaben aus den Vereinigten Staaten im Monatsvergleich. In der Kernrate gab es eine leichte Enttäuschung nach oben hier auf Vormonatsniveau 0,4%. In der Headline ist sie ebenfalls mit 0,4% gemeldet worden. Hier ging der Markt aber auch aus von 0,4% und eben im Jahresvergleich die Headline mit einer leichten Enttäuschung nach oben 3,2%. Morgen gibt es das BIP aus Großbritannien und die Rohöl-Lagerbestände und am Donnerstag bekommen wir dann nochmal wichtige Inflationsdaten. Neben den Einzelhandelsumsätzen gibt es nämlich am Donnerstag aus den Vereinigten Staaten die Erzeugerpreise. Und auch die Berichtssaison schreitet weiter voran. Gestern gab es nachbörstlich eine ganz positive Entwicklung bei Oracle. Die Aktie heute circa 15% im Plus. Morgen vorbörstlich gibt es dann unter anderem die Zahlen von Dollar Tree und Zim Integrated Shipping. Und am Donnerstag schauen wir dann unter anderem auf Dollar General, Dix, Sporting Goods und nachbörstlich dann das Highlight der aktuellen Woche. Was die Earnings angeht, da gibt es nämlich die Zahlen von Adobe. Und damit kommen wir zur Chart-Analyse und wir beginnen mit den wichtigsten Charts des Tages und da beginnen wir ganz klar mit dem Goldpreis und hier muss man wirklich dazu sagen, wir hatten das Target hier perfekt auf dem Schirm. Die 200er Extension bei 2.191 US-Dollar war jetzt hier kurzzeitig mal das Top. Aktuell ist der Goldpreis bereits, wenn wir uns das Ganze abmessen, knapp 2% unter diesem Level der Tages-RSI ist bei 71, der 8-Stunden-RSI ist bei 62. Hat heute Morgen auf dem Discord auch für die Mitglieder geschrieben, dass wir hier ein frisches Verkaufssignal sehen, jetzt beim 8-Stunden-MACD. Und wir haben auch bereits unseren Konter-Abwärtstrend im Chart. Der definiert jetzt die aktuellen Abverkäufe beim Goldpreis und ich bin sehr gespannt, wo dieser Pullback jetzt seinen Support findet. Auf der linken Seite haben wir natürlich jetzt mal hier eine horizontale Linie draufgelegt auf den Shorts-Quiz vom Sonntag, den 3. Dezember. Das ist genau der Bereich von 2.149, das ist auch hier ganz genau der Bereich von der 161er Extension. Und da wollen wir jetzt mal schauen, wie beherzt die Goldbullen hier zugreifen. Ob das jetzt bereits der Pullback ist, der den Markt interessiert aus potenzieller Kaufsicht. Und danach schauen wir uns hier natürlich von diesem gewaltigen Anstieg mal an, wo das 23er Fibonacci ist. Das ist genau in diesem gleichen Bereich, 2.145 US-Dollar. Und das 38er Fibonacci, das wäre dann gleichzeitig hier die 127er der Upside und das wäre dann hier der Bereich von 2.114 US-Dollar. Also ich rechne damit, dass wir hier mal darauf achten sollten, wie der Markt reagiert bei den 2.150 US-Dollar. Wenn wir da allerdings drunter fallen sollten, dann dürfte es rutschig werden in Richtung 2.115 US-Dollar. Und das schauen wir uns dann ganz genau an. Im Extremfall allerdings möchte ich auch nicht ausschließen, wenn das hier eine größere Korrektur werden sollte, dass wir hier auch nochmal diesen Aufwärtstrend antesten. Je nachdem, wie lange das dann eben entsprechend dauert, kann das aber nochmal bedeuten, dass der Goldpreis auch nochmal runterkommt in Richtung 2.090 bis 2.080 US-Dollar gegebenenfalls sogar, wenn das Ganze hier wirklich von der Klippe stürzen sollte. Also meiner Meinung nach jetzt hier ein bisschen früh, um schon wieder auf die Long-Seite zu springen. Wir beobachten das Ganze jetzt mal ganz genau und haben natürlich hier auch Preissalarme sitzen auf diesem Abwärtstrend. Und nicht nur beim Gold rumort es heute ein bisschen, sondern auch beim digitalen Gold. Dem Bitcoin schmecken diese stark steigenden Zinsen am Rentenmarkt heute nämlich auch nicht. Aber hier muss man dazu sagen, das ist schon wieder ein beherzter Dip-Kauf, den wir hier sehen beim Bitcoin. Und zwar weiteres Mal ganz genau auf der 20er Linie im 8-Stunden-Chart. Ein weiteres Mal hier im Herzlinienbereich von unserem aktuellen Trendkanal und vor allen Dingen hier bei den 69.000 US-Dollar. Was machen wir denn hier gerade beim Bitcoin? Wir testen wirklich das oberste Level von 2021 vom letzten Zyklus. Und das wird hier durchaus aggressiv gekauft zum jetzigen Zeitpunkt mit einem WIC von knapp 2000 US-Dollar. Nichtsdestotrotz haben wir bitte weiterhin diesen Trendkanal auf dem Schirm und auch bitte auf dem Schirm, dass der Bitcoin hier im Rahmen von dieser Konsolidierung jederzeit auch nochmal runterkommen könnte, um diesen Trendkanal hier anzutesten. Da wären Kurse denkbar zwischen 65 und etwa 66, 66.500. Ich hatte es aber auch schon gestern angesprochen. Wir sind hier grundsätzlich extrem vorangeschritten auch im Rahmen der Rallye. Wir sind hier im Rahmen von neuen Allzeithochs. Wenn du sowas siehst, frische Allzeithochs, ein bisschen Konsolidierung ist erlaubt. Extrem bullish ist ein Backtest der alten Allzeithochs, keine Frage. Aber so ein bisschen drunter darf er schon dippen. Aber was wir ungern sehen, das ist, wenn du neue Allzeithochs abholst bei einem Asset und dann sofort gewaltige Stärke bekommst und vor allen Dingen dann an früheren Allzeithochs abprallst. Das wäre eher kritisch. Und dann müsste man sogar nochmal eine Korrektur auf dem Schirm haben in Richtung 50.000 US-Dollar. Nichtsdestotrotz bin ich weiter maximal investiert im Kryptobereich. Habe auch natürlich, weil meine Erhaltedauer noch nicht abgeschlossen ist, noch keine Gewinne mitgenommen. Also ich bin hier keinesfalls bearish auf diesem Markt, keine Frage. Aber man muss es so ein bisschen auf dem Zettel haben, dass falls wir wirklich nachhaltig die 69.000 verlieren sollten und vor allen Dingen unter die 64.000 fallen sollten, dass der Bitcoin dann jederzeit hier nochmal in Richtung 50.000 dippen könnte. Und damit kommen wir zum US-Dollar-Index und den hatten wir nicht ohne Grund heute sehr weit oben auf unserer Watchlist. Wir haben gestern bereits darüber gesprochen, dass sich hier vom Support bei etwa 102,5 eine Aufwärtsbewegung hier in Gang gesetzt hat und heute mit den Inflationsdaten gab es hier nochmal einen kleinen Push nach oben. Aber wichtig, wir haben gestern auch über dieses Falling Wedge hier gesprochen oder seit einigen Tagen ja bereits. Es gab hier diesen Undercut und jetzt ist eben die Frage, bricht er uns hier aus und zeigt er uns wirklich eine größere Gegenbewegung. Der Dollar, da müssen wir darauf vorbereitet sein. Das würde die Märkte etwas verunsichern und vor allen Dingen den Dip beim Goldpreis und beim Bitcoin auch nochmal etwas verschärfen potenziell. Aktuell sehen wir aber, dass er nicht nur an der oberen Trendlinie hier in unserem Falling Wedge abprallt für den Moment, sondern auch an der 20er Linie im Acht-Stunden-Chart. Und die war zuletzt hier auch durchaus gut als Indikator, auch hier als Widerstand. Und das müssen wir jetzt auf dem Zettel haben. Wichtig, dass auch dieser Aufwärtstrend aber hier nach wie vor jetzt intakt ist. Und den zeichnen wir uns jetzt hier mal im Acht-Stunden-Chart ein mit einem Preissalarm mit Stundenschlusskursen drunter. Und das ist dann halt durchaus jetzt hier das, was wir sehen wollen, um hier aus Sicht des US-Dollars Entwarnung geben zu können. Solange jetzt dieser Aufwärtstrend intakt ist, müssen wir fast als Primärszenario damit rechnen, dass der Dollar hier auch nach oben springen kann in Richtung 50-Tage-Linie, in Richtung 200-Tage-Linie. Und wie gesagt, das wäre natürlich dann nochmal etwas Gegenwind für die Aktienmärkte, aber eben vor allen Dingen auch für Gold und Krypto. Den größeren Gegenwind erleben wir aber eindeutig heute aus Sicht der Zinsen am Rentenmarkt, die hier im Beispiel der 10-Jährigen durchaus stärker ansteigen. Einmal aus fundamentaler Sicht wegen den etwas heißer gemeldeten Inflationsdaten und der sehr schwach besuchten Auktions-10-Jähriger Staatsanleihen. Zum anderen aber auch technisch und das Hammer auf dem Zettel gehabt hier auf dem Kanal. Am 8-Stunden-Chart überverkauft beim wichtigen Level von 4,07 Prozent. Einmal das 23er Fibonacci, der gesamten Downside. Wir waren beim 38er voll prinzipiell aus bullischer Sicht, wenn man auf einen Chart bullisch ist, nicht mehr unter das 23er Fall. Nur das haben die Zinsen hier perfekt gemacht. Aber auch hier auf diesem Tief vom August 23 sind wir jetzt hier gebounced. Und jetzt sind wir eben hier auf dem Weg auf der Gegenbewegung in Richtung der 200-Tage-Linie. Das ist eben die Bewegung, die ich beim Dollar gerade angesprochen habe. Werden wir das noch sehen. Die Zinsen zeigen es uns bereits. Sind auch über der 50-Tage-Linie jetzt über 4,132 Prozent. Die 200-Tage-Linie, die würde ganz genau laufen aktuell bei 4,2, 4,198 Prozent. Und das wäre auch hier der Bereich auf der linken Seite, der schon mal starker Widerstand war für die 10-Jährige. Falls es jetzt hier noch mehr Abseits geben sollte, wird das kurzfristig noch mal Gegenwind sein für die Märkte. Aber da müssen wir ganz genau hinschauen, wie sich das hier im Bereich der 4,2 Prozent verhält. Brechen wir hier auch über die 4,2 aus, dann wird es ungemütlich in Richtung 4,25. Gegebenenfalls sogar noch mal in Richtung 4,3, 4,33 Prozent. Und das würde dann der Korrektur potenziell sogar Rückenwind geben. Also hab es mal auf dem Zettel. Die Zinsen sind heute der Gegenwind. Vor allen Dingen merken wir es bei den Nebenwerten, bei Gold und bei Krypto. Und deswegen wird es extrem wichtig sein, dass wir nicht nur beim Dollar den Aufwärtstrend auf dem Schirm haben, sondern uns auch hier ganz klar einen Aufwärtstrend einzeichnen mit abwärtskreuzend auf Balkenschluss. Dann brauchen wir hier nicht alle paar Stunden hinschauen, sondern sind wirklich gewarnt. Wenn es hier einen 8-Stunden-Schlusskurs gibt unter diesen aktuell steigenden Tiefs, dann können wir aus Sicht der Zinsen vermutlich wieder Entwarnung geben. Damit kommen wir zu den Aktienmärkten. Und da müssen wir heute ganz klar unterscheiden zwischen einem durchaus festen Nasdaq 100 und S&P 500 und einem empfindlichen Russell 2000. Und hier sehen wir eben auch gerade, wo das Thema Zinsen am wichtigsten ist. Und das ist ganz klar im Bereich der Nebenwerte. Was auch interessant ist, ist, dass der Volatilitätsindex heute stark unter Druck steht. Und zwar seit dem gestrigen Hoch jetzt um 12% gefallen ist. Auch durch diesen Aufwärtstrend gefallen ist. Auch wieder unter die 200-Tage-Linie gefallen ist. Und das Ganze auch potenziell wieder mit einem kleinen Island-Reversal-Gap. Wir sehen hier von Freitag auf Montag ein Gap nach oben. Und jetzt hier im 8-Stunden-Chart ein Gap nach unten. Sowas ähnliches hatten wir auch zuletzt gesehen. Danach ist der Wichs nochmal schön runtergekommen. Auf den, und das wird jetzt in den kommenden Tagen extrem wichtig, auf diesen Aufwärtstrend. Und das braucht der Markt meiner Meinung nach, um einen wirklich frischen bullischen Impuls freizusetzen. Es müssen diese steigenden Tiefs brechen beim Volatilitätsindex. Und meiner Meinung nach muss er hier auch unter die 12,75 fallen. Das war das Tief hier im Februar. Das Jahrestief aus dem Januar ist sogar nochmal etwas tiefer hier im Bereich von 12,5. Wir brauchen jetzt hier einen Wichs, der wirklich nach unten wegrutscht. Das muss man wirklich dazu sagen, um den Märkten dann wirklich nochmal so richtig Luft zum Atmen nach oben zu geben. Was man hier weiter beobachten muss beim Volatilitätsindex, ob eben nicht nur der S&P 500 weiter steigt und auch gleichzeitig sich der Wichs aber hier mittelfristig steigende Tiefs abholt. Das muss jetzt kurzfristig kein Verkaufssignal sein, aber mittelfristig würde ich das durchaus auch weiterhin als gewisses Warnsignal sehen. Und damit kommen wir zum S&P 500 und den schauen wir uns heute mal im etwas größeren Bild an. Und zwar zurück bis ans Tief im Oktober 2023, als die aktuell so phänomenale Rallye nach der mehrmonatigen Korrektur seit August ihren Anfang gefunden hat und in deren Rahmen wir aktuell um 26% insgesamt angestiegen sind. Das muss man immer sich auch vor Augen führen. Und das zeigt uns an, dass hier ein Aufwärtstrend völlig intakt ist. Und damit gehen wir jetzt mal ins aktuelle Bild rein. Und dieser Aufwärtstrend bleibt auch definitiv jetzt so im Chart. Das ist der Aufwärtstrend, der sich hier am 21. Februar zusammen auch nochmal mit unserem lokalen Trendkanal eine Berührung abgeholt hat und den wir gestern hier auch nochmal minimal angetestet haben. Um wenige Punkte haben wir zu hoch weggedreht. Wenn man den hier ein bisschen steiler einzeichnet, gab es hier gestern einen weiteren Berührungspunkt auf diesem Aufwärtstrend. Heute haben wir im Rahmen der letzten 8 Stunden Kerze hier den Bereich getestet von den 5111 Punkten. Ein extrem wichtiges Level. Das war hier ein Allzeithoch und wird jetzt hier aktuell zum Support des Beobachten. Und das unterstützt auch derzeit zusätzlich diesen Aufwärtstrend. Und das ist ein wichtiger Aufwärtstrend. Was ich dem Markt erlauben würde, wäre ein Dip auf den Trendkanal. Aber dann müsste man wieder zurück über diesen Aufwärtstrend. Und das Ganze läuft natürlich hier auch zusammen in einem Rising Wedge. Das muss jetzt kein sofortiges Verkaufssignal sein. Im Gegenteil, der Markt könnte sich im Rahmen, und das ist jetzt hier auch so ein bisschen, warum wir heute über diesen Aufwärtstrend und eben auch hier im Bild über diesen Trendkanal sprechen, der Markt könnte sich hier in einem immer enger werdenden Wedge auch nach oben arbeiten. Und dann wären durchaus hier bis April potenziell Anfang Mai sogar noch höhere Kurse denkbar. Sogar wenn wir uns nur in diesem Wedge bewegen im Rahmen von bis zu 5.370 Punkten. Gott bewahre, wenn wir hier ausbrechen, das wäre eine extrem boolische Bewegung. Erinnert euch mal an den Bitcoin, da haben wir auch über diesen Trendkanal gesprochen. Dann bricht er uns boolisch aus und schmilzt hier komplett nach oben. Das wäre der extrem boolische Case, muss man dazu sagen. Aber haben wir auch bitte mal auf dem Schirm, und das konnte sich vor wenigen Monaten auch noch niemand vorstellen, als wir über den Bereich von ca. 5.200, 5.180 gesprochen haben. Das ist der Beginn der großen Zielzone aus dem Rücksetzer 2022. Und den holen wir uns jetzt hier zum zweiten Mal ab. Das 127er Extension hat der S&P 500 hier abgeholt und damit auch ganz klar den ersten großen Bereich unserer Zielzone berührt. Also habt das bitte auf dem Zettel und vor allen Dingen auch immer im Kontext dieser gesamten Rallye seit Oktober fast 28, 27 Prozent angestiegen hier beim S&P 500. Also die weiteren Szenarien sind völlig klar. Solange dieser gelbe Aufwärtstrend hier intakt ist, ist das kurzfristige Momentum auch noch intakt. Und der Markt kann sich hier nach oben schrauben in Richtung 5.300, 5.400 Punkte. Sehr, sehr boolisch wäre, wenn er sich hier wirklich Freiraum verschafft und boolisch ausbricht aus dem oberen Trend. Ein Warnsignal ist, wenn der Aufwärtstrend seit Oktober bricht und kritisch aus aktueller Sicht wären Kurse beim S&P 500. Und dann dürfte es auch rutschig werden aus Sicht der Trendfolger, falls wir hier unter 5050 Punkte fallen. Wir kommen zum Nasdaq 100 und das können wir tatsächlich sehr kurz machen, denn die technische Situation ist hier nahezu identisch. Auch hier ist der Aufwärtstrend seit dem Oktober tief intakt. Auch hier haben wir uns zeitgleich im Februar eine Berührung abgeholt. Nicht nur in unserem lokalen Trendkanal, sondern auch am Aufwärtstrend. Und auch hier haben wir gestern diesen Aufwärtstrend nochmal angetestet. Der Nasdaq hat auch mehr oder weniger das 127er Extension hier oben bereits abgeholt von unserer großen Zielzone. Nicht ganz zugegeben, denn das Hoch ist bei 18.417 und das 127er ist ganz genau bei 18.495. Also hier wäre noch ein bisschen Luft, um dieses Ziel abzuholen. Aber im Grunde genommen muss man hier das Gleiche sagen. Der Markt, solange dieser gelbe Aufwärtstrend intakt ist, hat jederzeit die Chance, dann auch in diesem Wedge nach oben zu arbeiten. Das wäre auch hier dann bis in den April hinein definitiv denkbar. Hier wären dann sogar Targets denkbar von 19.000 Punkten im Rahmen von diesem Rising Wedge. Wichtig ist, dass wir danach eben darauf achten, wann dieser gelbe Trend bricht. Wenn dieser Trendkanal bricht, dann reden wir von Korrektur in Richtung der Tops von 2021. Das wären hier beim Nasdaq dann etwa 16.600 bis 16.700, 16.750 Punkte. Und natürlich auch hier absolut brutal bullish wäre ein Breakout aus dieser Range, ein Breakout aus diesem Trendkanal. Dann marschieren wir in Richtung 19.400, gegebenenfalls dann auch in Richtung der magischen 20.000 Punkte. Also hab's mal auf dem Zettel. Auch beim Nasdaq ist der große und wichtige Aufwärtstrend völlig intakt. Aber so ein bisschen müsste man hier vorsichtig sein im Rahmen von diesen kleinen lokalen Tops, die wir hier sehen zwischen 18.330 und 18.420. Wir kommen zum Russell 2000 und man muss dazu sagen, so stark wie uns der in der Vergangenheit schon von der Klippe gestürzt ist, hält sich das Ganze heute noch durchaus in Grenzen. Aber man muss dazu sagen, dieser Aufwärtstrend, den wir im Rahmen von unserem Trendkanal auf dem Schirm haben, der ist jetzt hier erstmal für den Moment gebrochen. Ich nehme den jetzt auch hier erstmal der Übersicht halber raus und mache uns hier vor allen Dingen einen frischen Abwärtstrend drüber. Und der ist sehr, sehr steil, ist vorprogrammiert, dass wir da ausbrechen. Und die Frage ist eben, was zeigt uns der Russell 2000, wenn wir hier aus diesem Abwärtstrend ausbrechen? Größer als Balken, Schluss, dann haben wir hier direkt den Preisalarm drauf. Dann wissen wir Bescheid, wann die Nebenwerte bullish ausbrechen. Und die Supports, die wir uns auf der Downside anschauen, falls sich dieser Dip, falls sich diese Konsolidierung hier noch ein bisschen fortsetzen, gegebenenfalls beschleunigen sollte, das ist hier einmal der Bereich von 2046 bis 2042 Punkte. Das ist das ganz große 50er Fibonacci von der gesamten Downside beim Russell. Habt es bitte auf dem Zettel zusammen mit der 20-Tage-Linie. Und wenn es hier drunter rutschig werden sollte, dann Make-or-Break, wichtig. Da möchte ich ihn nicht mehr drunter sehen, den Russell. Vielleicht Tipp auf die 50-Tage-Linie hier bei 1996 Punkte. Aber im Großen und Ganzen gilt für den Russell 2000, kann man sich leicht merken, keine Kurse mehr unter 2000 Punkte. Und ein horizontales Level, was ich ohnehin extrem genau beobachte, das ist hier der Bereich von 2008 Punkte. Wir kommen zum DAX und der behält weiter seine unglaubliche Trendstärke. Ganz nach dem Motto, weiter, immer weiter beim DAX. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, die 17.600 waren ein wichtiger Support, haben wir gehalten, sogar mit einer schönen Impulskerze. Danach gab es nochmal einen Dip auf den Aufwärtstrend. Alles hier herrlich, wie der DAX die Chart-Technik respektiert. Dann hier aus dem Zwischenhoch ausgebrochen. Die letzte 8-Stunden-Kerze nochmal ein kleiner Dip drunter. Und jetzt brechen wir hier auch aus auf neue Allzeithochs. Und darüber hatten wir auch zuletzt gesprochen, klar, wir achten jetzt hier auf die 18.000 Punkte. Tausender Schritt, das sind immer wichtig. Aber ich bin gespannt, wie die 261er-Extension hier oben reagieren wird. Ob wir hier eine Reaktion bekommen bei 18.084 Punkte. Da hat er jetzt noch ca. 100 bis 120 Punkte Aufwärtspotenzial. Der DAX ist hoch heute bei 17.990. Und da muss man dann eben schauen, und was halt weiter gilt ist, solange dieser Aufwärtstrend hier intakt ist, kann er sich durchaus auch darüber noch hinausschrauben. Und dann wären tatsächlich viel, viel Platz für neue Targets. Das 361er wären dann hier oben tatsächlich erst bei 18.750 Punkte. Man muss ganz klar dazu sagen, hier macht nichts anderes Sinn, als vor allen Dingen jetzt auch im fortgeschrittenen Bereich von dieser Rallye, wenn man hier kurzfristig noch partizipieren möchte, als eben immer wieder auch diese Breakouts auf dem Schirm zusammen. Und vor allen Dingen auch im kleinen Bild dann keine Angst zu haben, gewisse Breakouts zu kaufen. Denn solange dieser Aufwärtstrend intakt ist, hat der DAX hier bärenstarkes Momentum. Und da sollte man sich eben im Idealfall mit draufsetzen. Und da gilt auch ganz klar nicht dagegen shorten, meiner Meinung nach. Das macht hier keinen Sinn. Dafür ist das Momentum hier viel zu stark beim DAX. Sehr, sehr sportlich unterwegs, die Bullen jetzt aktuell direkt unmittelbar vor den 18.000 Punkten. Wir kommen zum Hang Sengindex und der ist weiter hier sportlich unterwegs. Hält auch vor allen Dingen diesen Aufwärtstrend. Der darf auch gerne weiter intakt bleiben. Der dürfte im Idealfall natürlich auch, wir zeichnen uns den jetzt mal ein, aber das mag hier vielleicht für Investierte im chinesischen Aktienmarkt auch so eine gewisse Wunschvorstellung sein. Der darf hier natürlich auch intakt bleiben, bis wir wirklich aus dem roten großen Abwärtstrend ausbrechen. Und aus den magischen 18.000 Punkten. Aber so ein bisschen vorsichtig bin ich nach wie vor. Bin aber natürlich investiert, habe meine Position im Rahmen von vor allen Dingen auch der Schlussphase dieser Konsolidierung aufgebaut. Und jetzt schauen wir uns hier ganz genau mal den Bereich an, wo wir den Hang Sengindex aktuell sehen. Das ist am horizontalen Widerstand hier bei 17.260 Punkte. Das war hier genau zu Jahresanfang schon mal das Top. Und da schauen wir jetzt eben ganz genau hin, ob der Hang Sengindex hier konsolidiert, ob er korrigiert. Der darf hier alles, der darf hier ein aufsteigendes Dreieck bauen, wie er möchte, darf theoretisch nochmal die 16.8 antesten, aber auch den Aufwärtstrend. Nur aus aktueller Sicht wären Kurse unter 16.500 eher unangenehm und hier läuft auch ganz genau die 20-Tage-Linie. Da wollen wir den Hang Sengindex jetzt nicht mehr drunter sehen. Die nächsten bullischen Impulse setzen wir dann frei über 17.260. Dann aber der Kampf mit dem Abwärtstrend der 200-Tage-Linie und den magischen 18.000 Punkten. Und so richtig im neuen Bullenmarkt angekommen ist China erst, wenn wir wirklich aus den 18.500 Punkten ausbrechen. Bis dorthin kann es noch sehr volatil werden. Und hier muss man auch dazu sagen, vor allen Dingen, solange wir hier noch im Abwärtstrend sind, weil wenn wir uns hier mal die Hochs anschauen, die wir zuletzt gesehen haben, das sind hier noch keine neuen höheren Hochs, sollte man nach wie vor in China auch vorsichtig sein. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, steigende Kurse zu kaufen. Wir kommen zu den Einzelaktien und wir beginnen mit Supermicrocomputer. Und das ist schon wirklich brutal, was die Bullen hier machen. Gestern gab es einen kleinen Intraday-Dip nach unten in dem Bereich um die 1.024 US-Dollar. Ich hatte aber hier die 1.100 auf dem Schirm. Da wurden gestern alle Stops gezogen und dann der Dip aber durchaus stark nach oben wieder weggekauft. Und vor allen Dingen hier die letzte 8-Stunden-Kerze von heute um 9 Uhr hat sich dann hier nochmal genau auf den 1.100 Support gesucht. Und jetzt stehen wir aktuell bereits bei 1.160 US-Dollar. Habt es aber bitte auf dem Schirm, dass wir noch kein neues Allzeithoch auch gesehen haben. Das ist bei 1.129 und dass das natürlich hier auch ein extrem milder Dip war. Ich habe die Aktie mal wieder, muss ich sagen, unterschätzt. Ich habe hier unten meine Zielzone im Chart, wo wir dann entsprechend auch nochmal den Aufwärtstrend seit Jahresanfang getestet haben. Ich möchte aber auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gänzlich ausschließen, dass Supermicro nicht doch noch runterkommt in diesem Bereich um 999 bis 930 US-Dollar in etwa. Und die Zielzone, die wir aktuell nach wie vor aus diesem Rücksetzer hier auf dem Schirm haben, wo wir entsprechend hier dieses Deep Grab Harmonic Pattern sehen. Das ist hier oben, wir haben die 141 bereits abgeholt. Die 161er Extension, das wären hier oben dann tatsächlich nochmal Kurse um 1.300, 28. Ich habe es aber auf dem Schirm, wie gesagt, noch kein frisches Allzeithoch. Das sehen wir derzeit bei 1.129. Und bislang möchte ich auch nicht ausschließen, dass das hier möglicherweise wirklich noch eine kleine Bull-Flag wird und wir bei Supermicro nochmal runterkommen. Packen wir sie spätestens wieder ins Video. Den Bereich um 1.000 US-Dollar bis 950, 930, den halte ich dann aber durchaus, wenn es passiert, nochmal für eine interessante Nachkaufzone. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es auf dem Discord zu den Mitgliedern geschrieben, respektiert mir hier auch irgendwo die 1.100 US-Dollar. Vor allen Dingen, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass dieser Dip gestern durchaus stark gekauft wurde, Targets 1.190, das wäre die 1.127, die haben wir schon abgeholt. Die 1.141 wären 1.247 und das 161er Extension, dann das Target, beziehungsweise das obere Target der Zielzone, wären dann 1.328. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu Tesla und das ist schon gewaltig, wie die Aktie die 180 US-Dollar respektiert, aber wie wir auch hier unten an der Downside diese lokalen Tiefs respektieren. Schaut euch das bitte mal an. Die letzte 8-Stunden-Kerze hat hier unten nochmal nahezu alles abgefischt. Lokales Tief ist hier bei 172 US-Dollar und 12 Cent und heute gab es ein minimal höheres Tief, 172 US-Dollar und 41 Cent. Minimale Akkumulation, ich bleibe dabei, das sieht hier für mich durchaus nach einer gewissen Bodenbildung aus. Wichtig, keine Kurse unter 172 US-Dollar. Ansonsten kommt die Zielzone hier unten zum Tragen zwischen 166, aber potenziell dann eher in Richtung 155 US-Dollar. Und nach oben deutlicher geht es nicht. Short-Squiz ist hier angesagt, wenn Tesla es schafft, 4 und vor allen Dingen 8 Stunden und dann vor allen Dingen Tagesschlusskurse zu zeigen über 180 US-Dollar. Erstes Target, bewusst erstes Target, 194 und wenn wir hier ausbrechen sollten, dann geht es nochmal steil in Richtung 206. Aber bitte habt es auch auf dem Zettel. Aktuell schaffen wir es hier noch, muss man sagen, einfach nicht per Schlusskurs über die 180 US-Dollar. Und auch Paypal schauen wir uns heute im 8-Stunden-Chart an, weil wir hier auch ganz besonders schön die Preis-Action sehen. Im großen Bild ist es bekannt, Impuls von den Tiefs im Oktober. Jetzt sind wir hier in der Korrektur, die durchaus vor allen Dingen in der Frühphase extrem ruppig ausgefallen ist. Als Paypal hier von 69 kollabiert es auf die 55, aber seitdem zeigt sie uns eben hier entsprechend die steigenden Tiefs. Three Rising Valleys, wir haben in den letzten Tagen darüber gesprochen. Erstes Tief, zweites Tief, drittes Tief. Und jetzt kommt es darauf an, packt hier ordentlich zu, denn man muss wirklich hier sagen, dass wir nicht nur jetzt wieder den Aufwärtstrend zurückerobern, sondern auch hier im 8-Stunden-Chart. Das sind doch deutliche Wicks an der Downside, die uns Paypal hier zeigt. Das ist wirklich interessant. Auch haben wir den Abwärtstrend möglicherweise sogar als Support getestet. Aber ich bleibe dabei, das Ganze ist hier freundlich. Das Ganze ist hier interessant, vor allen Dingen hier mit diesen steigenden Tiefs, was wir allerdings brauchen. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir brauchen hier ganz klar den Breakout über die 60 US-Dollar und 50 Cent. Dann sind wir zurück über der 50-Tage-Linie, die hier zuletzt Widerstand war. Und dann vor allen Dingen hier über die 61,50 Dollar. Dann nimmt Paypal die 200-Tage-Linie wieder raus. Und dann schrauben wir uns im Rahmen von diesem Aufwärtstrend nach oben und greifen hier diese Wicks an, die wir gesehen haben. Im Januar einmal 68,50, einmal sogar 69,50 und der große Breakout, wir sehen es ja auch hier, da haben es die Bären gerade nochmal geschafft, die Aktie unter Kontrolle zu bringen. Der große Breakout für Paypal wären Kurse über 70, dann in Richtung 76 und dann sprechen wir von der großen Trendwende bei Paypal. Wichtig ist dafür jetzt aber keine Schwäche. Und vor allen Dingen, was ich jetzt nicht sehen möchte, ist dann natürlich ein klägliches Scheitern, falls wir hier neu die 200-Tage-Linie testen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.